irgendwo kommt ein und jetzt kommt nächste straße links weg von uns aus gesehen oder rechts weg äh rechts weg nach rechts weg wenn auch so gerade gesehen aber von Kreislauf da dann noch nicht mehr er hat noch ein Team mit er hat nicht diskonnectet hat noch irgendwo ein ja der kommt hin auf der Straße wer ist eh ich auf die andere Seite rüber gelaufen wir haben müssen Kreislauf und ihn dann abpacken der kann dann unser Auto nehmen aber soll er doch so ist das die Reifen nicht kaputt schießen sind eins 200 Meter knapp wenn er mit dem Auto an uns vorbei hält schieß ich den DGL rein ist der Tower noch drinnen? weiß ich nicht ne ne ist nicht auf äh nordwestlich 316 Grad der hat oben auf dem Hügel auf der Skyline der hat unseren SUV genommen der hat rechts hinter uns geht hier hat angehalten hat angehalten die gleiche die gleiche sitzt im Auto die gleiche ist ja 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 haben wir gekippt? ja ah jawohl dann haben wir gekippt oder? du musst ja du musst in den Kreis rein ne Schau noch du halt kriegst es ja und du schießt einfach nach oben auf dich er bleibt außerhalb vom Kreis steht um so nachts ähh ich kann gar nichts mehr machen FPS Bug echt? ja kannst du übrigens rein in den Kreis aber noch reinlaufen ne ne ich kann nichts machen will sein gefroren ich hab ein FPS ich passe dieses Spiel man Alter wirst ja doch geschossen wirklich wer wirds Yo oh dieses Spiel ne ohne Scheiß oh was ein easy kill das ist aber nicht der FPS Bug dann dann ist das Spiel einfach nur eingefroren nein nein ich hatte einen FPS und wenn ich dann raus habe und wieder rein tabe wird das Spiel ein hab mir an mit Headshot gekillt aber so ich hab sie dann noch aus nur seinen Kopf gesehen ja weil ich ja kein Bug hab mit einer für ja solchen Kreis zu jügeln dann bringen wir das dann klar du musst du musst die Shots Shots beinten damit die anderen schießen können ach so hey Mello du mal deine Pflichten als ähh als sozialer Mensch was ich bin nicht sozial ja und bring dir mal ein bisschen BR bei der spielt das zum ersten Mal das der macht das ist ja ein Auftrag für für Tim und Julie soll das heißen soll das heißen ihr carryt doch einzelne Spieler durchs ganze Spiel die das Spiel am selben Tag gekauft haben ach so naja wenn du das weißt ja oh mein Steam ist wieder da hast du gewonnen worden eben da noch? nö irgend so ein Typ hat an einer Lowball gelegen hinter mir und gewartet gewartet bis der Kreis gestricktet war und ich dann irgendwann da stand und mich umgeguckt hab und dann hat er mir drücken geschossen ja du frechdachs ja der hat der hat auch extrem viel Geduld gezeigt er hat bestimmt anderthalb Minuten gelegen und nicht geschossen und hat auch eine MK 48 echt? ja das auch noch ja machen wir noch ne Runde damit? ja ne richtige jetzt hier war der noch kurz bis ich fertig bin oder nicht? ne 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 no achso ich bin ja arrogant haste recht er wurde nicht mehr so im Spiel ne verstehe ich ok ja stimmt mit arroganten spielen wir sowieso nicht na ok dann wünschen wir noch einen schönen Tag ne? überhaupt nicht abgehoben überhaupt nicht abgehoben halt abgehoben oder? Hashtag abgehoben kann Tag und Nacht nicht mal unterscheiden nur so abgehoben ist der sonst doch gar nicht beste Aktion vom Vox sein weil er bleibt außerhalb vom Kreis stehen um nachzuschauen ob wir den Typen gekillt haben halt Alter 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 ich dachte mir so wie ich dir auf die Karte geschaut habe bist du noch gelaufen dann schaue ich drauf auf einmal steht der da auch nicht ich denke mir so kann er ist es ist es kann es nicht sein ernst sein dass er da außen stehen bleibt und danach guckt checkt ob wir den Typen gekillt haben wer hat ihn denn gekillt bitte? keine Ahnung hast du ihn gekillt? also ich hab auf jeden Fall wenn ich hochgescrollt hab Maduka hab ich als letztes gekillt ja das war der für Boss der Stadt ja 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 was machen die beiden Boys hier? Pistole auch nie oder was? wir spüren das zum ersten Mal glaub ich ja ich hoffe ich begrüße es Vielen Dank. Ich follow den mal. Er ist cool. Das ist der Yannick. Ich mach dem auch eine Freude und follow. Das ist YNCK, eindeutig. Ich wusste doch, dass er immer so die Spiel rett. Das... Du duckt mit Bissure und einer. Warte, was muss ich jetzt in den G-Link Discord machen? Hä? Was? Was ist eigentlich ein Brain Lab, Mann? Der wollte nicht, Hanno. Nein, ey. Direkt mal Minuspunkte. Aber von wegen, man kann mit der Mk-16 nicht sprayen, Alter. Ich hab den Tiefen ja gerade auf 200 Meter, weil da verweckte Spray ist. Kannst du, du kannst mit der Spray. Ich hab den hier schon gesagt, dass du nicht kannst. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Der kommt ja mal auf meinen Server jetzt hier? Warte, glaub ich. Sonst wird mein Server nie voll. Natürlich, ich muss aber erst das Spiel starten. Warte, süßer Pinguin. Du, mein Liebes Alertsteil ist daneben. Hä? What? Ich glaube, er ist 8 Grad, bis ich daneben. Wie ist das so weit? Ist erst 2 Uhr. Erst. Ich bin schon am Ich bin schon Was, haben die gehört? Ist das am Einpen? Ja, scheinbar. Aber wir sind cool. Ist der erste, der nicht gleich uns hatet. Ja, noch nicht. Den kennst du noch nicht. Ja, stimmt, noch nicht. Ich geh fünf Runden mehr und dann facken wir sind. Wenn der nicht anfüllt, dann geht der in den Hans-Meister-Chat und dann weiß er, wer wir sind. Schlimmste, Schlimmste, was die Community hat. Schlimmste, Bande, Seuche. Die beiden finde ich ja nicht, wie er mit seiner Pistole da durch den Kreis läuft. Vor allem den ganzen Häusern vorbei, ohne die zu loopen. Als wenn du anders angefangen hättest, Mann. Ich bin direkt komplett am Rad gedreht und hab's mehr Filme rumgemacht. Ich glaube, bis gleich zu Kraken gegangen ist, der MK 48 aufgehoben und den ganzen Zimmer leer geschossen. Hahaha. Null. Wurde ich getimeoutet? Wow. Frag mal bitte, warum ich getimeoutet wurde. Das möchte ich jetzt wissen. Du wurdest? Ne, du wurdest nicht getimeoutet. Ja, doch. Ja, ich bin timeoutet for 600 seconds. Nein. Na, zum Mod. Ach, ich wurde auch getimeoutet. Oh, ne, gar nicht. Eigentlich das Pilz. Wie mache ich das wieder weg? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow Alter, ich hab's noch geholt Mit, ich glaub, 5 Kill, ich hab alle letzten gekillt Alter, ich hab noch 3 HP, glaub ich Nee, ich hab noch 2 HP Ich dachte an einer Stelle, ich bin tot Alter, mir geht der Stift wie sonst noch mal was grad Alter